Ja, das ist ja immer nach so einem Spiel, was am Ende ja dann sehr knapp war, mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht noch den Ausgleich machen können. Ja, aber das Glück war heute nicht so auf unserer Seite. Man muss auch sagen, wir haben gegen Gegner gespielt, die sehr aggressiv waren, die wirklich mit viel Körpereinsatz gespielt haben. Da haben wir ein bisschen unsere Probleme gehabt und haben am Ende dann halt deswegen vielleicht nicht so das quäntchen Glück gehabt auf unserer Seite. Ich glaube, wir hatten unsere Möglichkeiten gehabt, hätten, glaube ich, die noch viel mehr bestrafen können, weil wir doch schon gute Räume bekommen haben, die wir dann nicht so gut belaufen haben, die diese tiefen Läufe nicht so gut heute ausgenutzt haben. Und deswegen haben wir da zu wenige gefährliche Torchancen ausgespielt. Ja!